Jubiläum in Quedlenburg bei den 15. Quedlenburger Dixieland und Swingtagen. Ja, es ist Zeit für das beliebteste Jazz-Festival Mitteldeutschlands. Mit freundlicher Unterstützung der Ostharz Brennstoff GmbH, ihrem Partner für Heizöl, Diesel und Schmierstoffe. Zuverlässig, pünktlich, immer in ihrer Nähe. Am letzten Juni-Wochenende vom 23. bis 25. Juni sorgen wieder namhafte Bands für super Stimmung in der Stadt. Verpassen Sie nicht das Eröffnungskonzert am Freitag auf dem Marktkirchhof, shoppen Sie bei Jazz in the City und genießen Sie Coffee Time und Jazz am Samstag. Erleben Sie Quedlenburg bei Jazz und Dixi-Klängen auch in den beteiligten Hotels und Restaurants. Handgemachte Musik, die gute Laune versprüht, erklingt auch bis in die Nacht bei der Absacker-Party im Kaiserhof und der Nachtwache im Quartier 7. Keep swinging! Wie ihr seht, ist die Stimmung hervorragend. Wir haben jeden Tag volle Hütte hier und das ist das, was Herr Dixi-Land braucht. Alle Informationen, das Programmheft und Tickets bekommen Sie jetzt online unter www.quedlenburg-swinged.de Und Ihr Hotel buchen Sie am besten unter www.quedlenburg.de